Ich mache ein kleines Bonus-Video. Mein alter Auspuff, den habe ich ja zerschrottet. Und ich dachte, komm, ich zeige euch mal den neuen. Weil manche haben sich gefragt, wie der jetzt so klingt. Mache ich doch gerne. Und das ist ja auch ein kurzes Video. Kann ich einfach so reinschieben, sozusagen. Ist ja geil, Alter. So. Alter, nein. Junge, bollert das. Das bollert ja mein... Hey, ich wollte gerade bollern. Hoppala. Oh, da kommt ein Auto. Taxi? Was macht hier ein Taxi? What the fuck, Mann? Wohin will der denn fahren? Alter, das bollert so geil, ne? Alter, da kriegst du richtig einen Ständer. So. Hier wollte ich ja mal einen Auspuff sehen. So, Auto kommt nicht hier, ne? Gutes Stück. Also das ist schlecht. Das war ein Vorfüffekt. Na komm. Alter, Vater, Junge. Das knallt ja. Das ist doch nicht gesund. Holy shit, Alter. Das ist ja heftig. Also so heftig habe ich es nicht erwartet. So. Ah. Er guckt mir jetzt voll böse an, sicherlich. Boah, stinkt das noch scheiße. Uh. Ei, Junge, Junge. Ich hasse Gülle. Ja, das war es mit dem Video, würde ich sagen. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch oder ein Abo dalassen. Es freut mich wirklich, wie es gerade auf diesem Kanal läuft. Ehrlich, das ist mega geil. Und deswegen auch nochmal ein Dankeschön an alle, die jetzt nochmal dazugekommen sind. Und noch viel Spaß bei den weiteren Videos, würde ich sagen. Ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben, ob ihr Videos von meinem Urlaub haben möchtet. Ich war ja jetzt im Urlaub in den Sommerferien. Und ich habe da ein paar Videos aufgenommen. Eine Roomtour. Ich bin im Meer schnorcheln gewesen. Und ob ihr davon gerne Videos haben wollt, weil sonst würde ich die natürlich hochladen. So ist es ja nicht. Ja, Quad fahren macht einfach Spaß. Ganz ehrlich. Boah, gleich. Ganz ehrlich, das schneide ich noch rein. Das ist mega geil einfach. Es gibt nichts Geileres, als im Tunnel zu fahren. Und hört euch den Knall jetzt an. Boah, ist geil, würde ich sagen. Es fragen aus dem viele, was für ein Quad ich fahre. Ich fahre eine Triton 450 R. Super. Moto, ja? Meine Fresse, Alter. Boah, das ist ein Geschöpfer, Alter. Heftiger Scheiß. Heftig. 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 Alter, die Fehlzündungen sind zu krass einfach. Ich muss da was machen. Das geht nicht. Ich kann natürlich immer die Kupplung ziehen, ja. Dann geht die Kupplung auch kaputt. Alter. Alter Vater. Blubber, blubber, ja, ja. Da, 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 da. Bis zum nächsten Mal.